montag 21 uhr hier ist hart aber fair mit frank plasberg schönen guten abend herzlichen willkommen zu hart aber fair schön dass sie dabei sind heute abend bei unserer sendung ja kann man dankeschön kann man in diesen tagen eine politische diskussion zum entscheidenden wahljahr führen in der man auch aber eben nicht nur über flüchtlinge redet man kann es ja mal versuchen wichtige themen gibt es genug wie mit dem steuerüberschuss umgehen ist ja schließlich das geld der bürger was tun für die soziale gerechtigkeit und gegen das gefühl des abgehängt werden wie soll das land von dem terror geschützt werden ohne seine freiheiten zu verlieren zum auftakt des superwahljahres 2017 diskutieren beharrt aber fair diese spitzen politiker vier fraktionsvorsitzende und zwei parteivorsitzende volker kauder für die union thomas oppermann für die spd sarah wagenknecht für die linke kathrin göhring-eckardt für bündnis 90 die grünen christian lindner für die fdp frauke petri für die afd eine runde von top politikern hier vier aktuelle fraktionsvorsitzende und zwei die vielleicht nach der bundestagswahl fraktionsvorsitzende werden wollen oder werden können so könnte es dann aussehen im neuen bundestag wie fühlt sich das an wer will antworten keine antwort ist auch eine antwort die halten das tatsächlich aus gut dann kommen wir dann kommen wir zu unserem ersten thema die steuern die steuern sprudeln wie nie weil es eben der wirtschaft gut geht zum dritten mal in folge hat der deutsche staat voriges jahr einen haushaltsüberschuss erwirtschaftet bundesfinanzminister schäuble darf sich über ein plus von 6,2 milliarden euro in der kasse freuen frage an die runde was sieht der bürger von diesem überschuss jeder hat 20 sekunden zeit darauf möglichst konkret zu antworten ungestört zu antworten die diskussion dazu gibt es später also die frage heißt was sieht der bürger von diesem überschuss und bei der ersten frage geht es mit Herrn kauder los nun er sieht auf jeden fall mal verstärkte investitionen in die infrastruktur wir haben angekündigt dass wir die steuern um 15 milliarden senken wollen und dass wir den solidaritätszuschlag in mehreren stufen abschaffen wollen herr oppermann auch sie 20 sekunden was sieht der bürger von dem überschuss vor diesen sechs milliarden sagen wir vorrang für die investitionen wir haben einen investitionsstau in deutschland wir müssen investieren in eine infrastruktur in schnelles internet vor allen dingen aber in bildung und das ist auch eine frage der generation gerechtigkeit denn wir müssen der nachfolgenden generation nicht nur einen soliden haushalt sondern auch eine intakte moderne infrastruktur übergeben klingt so ein bisschen nach großer koalition wieder wagenknecht was sieht der bürger von den 6,2 milliarden die schäuble überschuss hat ja da wir relativ wenig mitzureden haben in der frage was er davon sieht sieht er auch nicht viel davon also ich fand das sehr bezeichnend dass er oppermann und auch herr kauder davon gesprochen haben dass mehr investiert wird die realität ist eine andere der anteil der staatlichen investitionen geht immer mehr zurück an der wirtschaftsleistung wir haben ein chronisch unterfinanziertes bildungssystem wir haben katastrophale zustände in vielen pflegeheimen und krankenhäusern da sollte das geld wirklich investiert werden frau geringeckert für die grünen 20 sekunden was sieht der bürger das geld muss investiert werden das ist das entscheidende und zwar in erster linie in marode schulen die wir land auf land ab haben es muss investiert werden in anständige kindertagesstätten in integrationsprogramme und in wohnungen wir haben immer noch sehr viele menschen die ihre miete nicht bezahlen können und wir haben viel zu wenig sozialen wohnungsbau das führt dazu dass sich viele abgehängt fühlen herr lindler sie kennen die frage was sagt die fdp naja ist ja bemerkenswert dass echte und schnelle entlastungen von niemandem bisher angesprochen worden sind die wahrheit ist doch der staat muss immer seinen aufgaben gerecht werden und der muss investieren und er kann das auch er hat rekordeinnahmen jetzt muss man einmal erkennen dass die balance von bürger und staat aus dem lot geraten ist also soli abschaffen in mitte der gesellschaft entlasten wann wenn nicht jetzt steuerüberschuss über sechs milliarden was sieht der bürger davon was sollte er sehen vor petri na wir würden es gerne entscheiden wenn wir im bundestag sind und entscheidung dazu treffen können dann möchten wir in der tat vor einem die entlasten die am meisten belastet sind das sind die familien wir möchten das geld in familien zurückgeben wir fordern wie schon lange in der politik diskutiert das familien splitting und ansonsten gehört die kalte progression abgeschafft waren noch zwei sekunden übrig aber niemand muss ja alle sekunden mitnehmen so jetzt haben wir einen kleinen überblick über die statements ich musste was zur klärung nachfragen sie investieren herr kauder schäuble will aber schulden zurückzahlen das ist ihr finanzminister haben sie gar nicht erwähnt und habe ich das überhört nein nein ich habe zunächst einmal die großen schwerpunkte auch für die nächsten zeit gesagt und wir wollen auch dass schulden zurückgeführt werden bei den investitionen jetzt noch oben drauf legen macht wenig sinn nachdem die investitionsmittel nicht einmal abfließen weil die planungskapazitäten nicht ausreichen und ich finde es ist ein völlig richtiger weg zu sagen investieren steuern senken und aber auch wenn es möglich ist wie es jetzt ist die schulden auch zu reduzieren wann immer es möglich ist sagen sie steuern senken der bayerische finanzminister söder von der csu sie vertreten ja cdu und csu hier heute abend wir haben ja die fraktionsvorsitzenden hier der hat gesagt jetzt steuern senken der überschuss ist erwirtschaftet möglichst noch vor der wahl das bayerische kabinett hat aber ganz anders beschlossen und unterstützt den kurs von wolfgang schäuble und damit sehen sie herrn söder ein oder ausgebremst auf jeden fall vertritt er nicht die position der bayerischen regierung also bei uns ist die situation klarer plasberg wir sagen ganz klar diese sechs milliarden euro überschuss sollen investiert werden aber für die nächste wahlperiode geht es natürlich auch darum die mittleren und unteren einkommen zu entlasten wir wollen keine steuerreform mit der gießkanne sozusagen die auch die großverdiener betrifft von der sie profitieren das ist überhaupt nicht nötig wir wollen diejenigen entlasten die das am meisten brauchen dass sie die familien wir sind für einen familientarif in der steuer der dazu führt dass familien entlastet werden völlig unabhängig davon ob die eltern verheiratet sind oder nicht verheiratet sind darauf kann es nicht ankommen wenn sie kinder haben müssen sie entlastet werden wenn ihr das wollt warum macht er das nicht jetzt also es muss doch die frage erlaubt sein es muss ja die frage erlaubt sein wenn die opposition im deutschen bundestag das schon nicht macht muss die frage doch erlaubt sein warum vor den wahlen die cdu csu dreimal eine steuersenkung angekündigt hat vor den letzten drei bundestagswahlen die nicht gekommen ist und auch jetzt beide parteien der großen koalition trotz eines haushaltsüberschusses nur von entlastungen nach dem wahltag sprechen wenn ihr glaubwürdig sein wollt dann müsst ihr in diesem jahr damit anfangen wir haben jetzt die inflation die zurückkommt krankenversicherungsbeiträge steigen der staat schwimmt im geld und bei den bürgern wird es knapper jetzt ist mal der zeitpunkt gekommen in guten worten taten folgen sie wissen ganz genau dass das gerede vom der staat schwimmt im geld natürlich an ganz bestimmten konditionen hängt also dass es überhaupt einen überschuss gibt hat ganz unmittelbar mit der zinspolitik von herrn zu tun darunter leiden die bürger genau deswegen wollen wir das ja vielleicht nicht in alle zukunft so fortschreiben also wenn man jetzt schöne große steuersenkungen pauschal macht dann hat man in relativ kurzer zeit wieder hohe schulden so wenn sich die zinsen endlich normalisieren und ich finde das zweite was ich auch entscheidend finde ich will gar nicht nur über diese sechs milliarden reden wenn wir über entlastungen reden und ich finde entlastungen sind dringend notwendig wenn ich mir angucke dass inzwischen 80 prozent des gesamten steueraufkommens aus der lohnsteuer und aus den verbrauchsteuern kommt dann ist klar die arbeitende mitte und die ärmeren als verbraucher zahlen den größten teil der steuern also wenn wir endlich eine politik hätten die den mut hätte konzerne ordentlich zu besteuern große vermögen zu besteuern dann könnten wir entlasten und trotzdem in bildung in krankenhäusern viele andere dinge investieren und das ist doch das was eigentlich notwendig wäre und ich frage mich warum das nie gemacht wird und leider sich eben auch die spd ich will darauf hinweisen einen satz auch wenn man auch wenn wir in postfaktischen zeiten leben das war möchte ich darauf hinweisen dass wir wir wollen heute auch nicht ins wort würde darum bitten dass ist bei mir auch nicht tun wir kommen wir gut miteinander aus heute abend ich möchte nur darauf hinweisen dass wir bei der kalten progression etwas getan haben steuer gesenkt haben wir haben ein ganz klares programm und mit steuersenkungen herr lindler wird nicht jede partei wirklich glücklich wer kann den begriff kalte progession der wird ja so selbstverständlich wort es mich schon gar nicht mehr traut nachzufahren wer kann den in einem satz erklären staatlicher lohn klar wenn einkommenszuwächse durch inflation aufgefressen werden beziehungsweise wenn man in eine höhere steuer in einen höheren steuertarif kommt sagt man dann mehr steuern und das meiste von dem einkommenszuwachs wird dann weggesteuert und das ist auch nicht in ordnung deshalb haben wir etwas dagegen getan ich finde dass insgesamt die arbeitende mitte steuerlich zu stark belastet ist wenn wir eine steuerreform machen dann müssen wir beentlastung und so justieren dass diejenigen die sehr viel verdienen stärker belastet werden vorgängig hat das wort erstens wundere ich mich über herr lindner weil ich dachte immer die fdp will finanzpolitisch so seriös sein jetzt sagen sie wenn jetzt sechs milliarden da sind dann machen wir eine steuer entlastung und jeder weiß dass das im nächsten jahr vermutlich nicht mehr so sein wird und deswegen wird man nicht jetzt eine steuer entlastung machen können die für immer gilt oder für die nächsten jahre gilt wegen einem überschuss jetzt aber was mich noch mehr wundern da habe ich eine zwischenfrage stellen kann man dann überhaupt noch mal steuersenkungen machen kann man das kann man und was mich besonders wundert ist dass die beiden herren von der großen koalition in so einem wenn dann modus sind wer regiert eigentlich gerade dieses land das finde ich wirklich aber ich finde ja in der tat man muss entlastung machen und zwar für die kleinen leute für die leute die arbeiten die jeden tag arbeiten gehen und die nichts sehen von dem was gerade an staatlichem geld da ist und die sehen keine investitionen weil den schulen geht es nach wie vor dreckig die sehen nicht dass die straßen anständig saniert werden die sehen das alles nicht und wenn sie heute mit jemandem den eltern von einem kind wo die nach hause kommen und sagen ich habe mir heute wieder nicht getraut aufs klo zu gehen weil das so eklig ist wenn sie denen sagen aber wir haben ein paar euro mehr kindergeld durch ihre letzten reformen dann stellen sie sich natürlich hin und sagen wie absurd ist das eigentlich aber das ist vor allem in der wieso und da regieren sie das ist nicht vor allem in der wieso sie sind doch in vielen schulen in diesem land für sorgen dass endlich dafür zu sorgen dass das geld anständig ausgegeben wird und dass sie nicht immer nur im vorhaben modus sind wir haben obszönen reichtum in diesem land auf der einen seite herr oppermann da muss man auch sie noch mal angucken mich wundert das schon sehr mit herrn winterkorn da ist ja tatsächlich auch ein unternehmen beteiligt wo die spd immer der rotgrünen landesregierung in niedersachsen leider sind wir da nicht beteiligt als grüne hätten wir ja gerne gemacht aber dass der mensch mit einem obszönen reichen wir bezahlen faktisch für einen winterkorn die heizung des kopfenteiches und das an solche dinge nicht herangegangen wird in ihrer regierungszeit das wundert mich doch sehr und auch unter ihre auch wir hatten dazu dass sie lesen auch bild zeitung habe ich gesehen der kopfenteich wenn sie nur sagen wir finanzieren den womit finanzieren sie damit sind sie vw aktionärin muss ich bin nicht vw aktionärin aber es ist natürlich ein bundesland daran beteiligt an vw und das heißt es gibt eine aufsicht und es ist zu großen teilen beteiligt und insofern ist das natürlich auch in staatlicher verantwortung das meine ich damit und ich finde was wir auch natürlich haben ist eine verantwortung dafür dass sowas in zukunft nicht mehr passiert und dass wir gesetze machen dass solche extrem reichen obszönitäten nicht immer noch bei dem geld nämlich jetzt steuer entlasten kann man das tun wann kann man es tun frau petri naja getan hätte es schon lange werden müssen und es ist wieder mal typisch wenn bundestagswahlen anstehen dass plötzlich vermeintliche steuergeschenke verteilt werden das kann man ja aus der lage ihrer parteien durchaus verstehen sie haben alle noch mehr zu verlieren im gegensatz zur afd aber dann lassen sie uns doch mal über die zahlen reden die allein der bund herr kauder herr oppermann durch die zinsersparnis aktuell spart und da reden wir nicht über sechs milliarden da reden über 40 milliarden jährlich wo sind denn also die verbliebenen 34 milliarden und schauen wir hin wo bund und länder geld hingezahlt haben in diesen jahren und in den kommenden jahren aufgrund der katastrophalen migrationspolitik ihrer regierung und vorangegangen regierung zahlen müssen und da wird das ganze wieder zu einer verschaukelung des bürgers das problem ist viel zu ernst und dass sie jetzt familien anbringen wunderbar kommen sie relativ spät drauf wir haben seit jahrzehnten ein demografisches ungleichgewicht und die diskussion das familien splitting die ist nicht ganz so alt aber fast so alt und jetzt vor der wahl fällt ihnen ein bin gespannt ob sie es nach der wahl wirklich umsetzen und im übrigen auch ihre uralte kauder nach der steuer nach dem steuersystem auf dem bierdeckel wo ist es denn geblieben sie haben es alle nicht umgesetzt ob fachleute parteiübergreifend wissenschaftler im heidelberger arbeitskreis dazu viele viele vorschläge erarbeitet haben insofern sie machen das was sie immer machen vor der wahl das reicht aber nicht weil es in der tat über die nächsten jahre nicht hinwegtragen wird denn wir hoffen wir dass wir irgendwann auch wieder zinsen auf unser gut haben bezahlt bekommen und dann kommt der staat in große schwierigkeiten und das was sie dann an steuerbremse oder schuldenbremse drin haben den bürgern vorgaukeln damit könnten die staatsschulden bezahlt werden auch das ist nicht wahr denn wir wissen es sind weit mehr als 2,2 billionen also jetzt wäre also der zeitpunkt um endlich systematisch eine große steuer und sozialreform anzugehen und dazu sind sie weiter nicht bereit ich will nur zwei zahlen nennen damit die fakten wieder grad gerückt werden wir halten all das was wir vor der bundestagswahl versprochen haben wir haben versprochen es gibt keine steuererhöhungen das wird es auch mit uns nicht geben und deswegen gehen also so dinge wir machen dort eine steuererhöhung dort eine senkung gehen wir haben wir haben wir haben die mütterrente versprochen dafür zahlen wir im jahr 7,5 milliarden euro jedes jahr das haben wir gehalten haben denn das wort gehalten wir haben wir haben das ist ein steuerzuschuss frau wagenknecht von 7 milliarden dafür ist vorgesehen es werden jetzt schon 11 milliarden steuern in den in den die rentenversicherung bezahlt für die mütterrente wir haben die kommunen entlastet mit nahezu mit über 10 milliarden jährlich wir geben jetzt wieder geld für die infrastruktur sieben milliarden sind dafür vorgesehen das geld ist also nicht irgendwo da unten im ausfluss verschwunden sondern wir haben so viel unterstützung für die kommunen gegeben wie noch keine andere bundesregierung zuvor entschuldigung nicht im chor herr lindler fragen antworten muss geld geblieben ja er gerade aber trotzdem mich befriedigt das noch nicht was sie da getan haben denn man muss ja den menschen mal sagen ein einnahmerekord beim staat jagt den nächsten bis ende des jahrzehnts wird der staat 100 milliarden euro mehr jährlich in der kasse haben als jetzt so sind die zahlen von wolfgang schäuble auf die niedrigen zinsen ist hingewiesen worden darunter leiden die bürger die finanzminister können damit leichter wirtschaften und in dieser lage wollen sie als union dafür gelobt werden dass sie nicht noch weiter steuern erhöht haben dass der verzicht auf steuererhöhungen schon ein erfolg ist in dieser zeit damit können sie wissen ganz genau dass die wirtschaft die wahrheit ist klar lassen sie ihn aussprechen da sind sie dran die lage ist doch so die bürger werden stärker belastet in dieser zeit und beim staat stellt niemand die frage ob es nicht vielleicht auch aufgaben und projekte gibt auf die man verzichten kann niemand stellt einmal die frage ob wir nicht vielleicht zu viel bürokratismus haben und zu wenige gehen auch gegen steuerverschwendung vor die projekte die sie streichen würden es gibt eine vielzahl von projekten insbesondere die mütterrente kann nicht auf kosten der beitragszahler finanziert wird sie auch nicht wird sie auch natürlich wird sie auf kosten der beitragszahler finanziert sie selbst haben gesagt dass die rentenreform der großen koalition nur bis 2017 finanziert sei danach muss der steuerzuschuss erhöht werden also ich will auf folgenden punkt hinaus herr plassberg wann wenn nicht jetzt soll man überhaupt noch einmal daran denken die belastungsgrenze der bürger in den blick zu nehmen und das ist auch eine frage der glaubwürdigkeit es ist zugesagt worden von allen parteien dass der solidaritäts zuschlag im jahr 2009 10 entfällt und das auch umzusetzen ist eine frage der ökonomischen klugheit und zugleich auch der politischen ehrlichkeit denn zusagen auf die muss man sich verlassen kann aber ich muss mal sagen ich finde diese debatte so wie sie jetzt geführt wird bist du für oder gegen steuererhöhungen oder bist du für dagegen steuersenkungen völlig absurd es geht nicht allgemein darum steuererhöhungen oder senken könnte eine wahlentscheidung beeinflussen ja aber man kann sie nicht wissen zum beispiel wenn sie das kreuz bei der linkspartei erhöht und welche steuern bei der cdu das ist doch eine ganz andere frage und dass der kauder stolz darauf ist dass er beispielsweise in seiner regierungszeit oder seine partei nicht dazu beigetragen hat dass endlich diese unsägliche steuerausweichung großer unternehmen wo apple beispielsweise ein steuersatz hat von 0,005 prozent dass er dem keinen riegel vorgeschoben hat weil das wäre ja eine steuererhöhung also dass er darauf noch stolzer ist finde ich einen skandal und ich finde es genauso skandalös dass es eben keine besteuerung großer erbschaften großer vermögen gibt das wäre dringend notwendig insoweit pauschal wir sind für oder gegen steuerhöhungen das ist quatsch wir werden wir die steuern wir reden da sollte man verbrauchsteuern senken steuern auf die arbeitende mitte senken aber bei den reichen finde ich es durchaus angemessen mehr steuern und mehr einnahmen zu generieren das wäre längst aufgaben darüber werden wir gleich noch reden ich spüre mal gemeinsamkeiten nach sie haben eben angesprochen übrigens hat der kauder tatsächlich nicht gesagt dass er stolz darauf ist dass große konzerne keine steuern zahlen das war ein rhetorischer trick aber wenn ich mir jetzt anschaue wo hier die gemeinsamkeiten verlaufen auch christian lindner von der fdp beklagt dass große konzerne sich einen schlanken fuß machen in deutschland und hier sehe ich eine gemeinsamkeit mit der linkspartei und der fdp ist das unangenehm frau wagenknecht also ich freue mich über jeden der uns dabei unterstützte die die konzerne daran zu hindern dass sie kaum noch steuern zahlen hat in der letzten legislatur regiert da hätte man was machen können natürlich kann man etwas machen will ich sie gerne aufklären frau wagenknecht warum sie nichts gemacht haben nein dass apple jetzt in irland 13 milliarden euro zahlen muss wer hat das denn auf den weg gebracht meine parteifreundin die eu wettbewerbskommissarin das scheinen sie zu übersehen der unterschied zwischen frau wagenknecht und mir ist folgender ich betrachte im unterschied zu ihnen unsere großen familienunternehmen ich sag jetzt mal einen namen mile die betrachte ich nicht als gerechtigkeitsproblem weil solche unternehmen schaffen hier arbeitsplätze erhalten ihr arbeitsplätze und wenn man die schwächt dann geht das eben voll zu belasten der arbeitenden mitte weil die nicht mehr ein unternehmen haben das handlungsfähig ist die gemeinsamkeit ist dass wir die google apple starbucks und ikea es dazu bringen müssen dass sie hier in deutschland einen beitrag zum gemeinwesen leisten entschuldigung herr lindner geben sie doch die chance ist zu präzisieren wie stellen sie sich das denn vor bei google oder bei starbucks oder bei anderen die an die steuerkette zu legen ist falsch sie einfach dazu zu bringen sich gleich zu verhalten wie deutsche unternehmen hier wird geld verdient aber keine steuern bezahlt also jedes unternehmen das gewinne verlagert finde ich verhält sich ungerecht und verantwortungslos muss die rechtlich muss die rechtlichen rahmenbedingungen dafür schaffen beispielsweise ist ja ein problem dass die nutzung von patenten oder bestimmten marken bezahlt wird und dadurch wird der gewinn der in deutschland erzielt wird über eine zahlung an die muttergesellschaft ins ausland transferiert und den mechanismus muss man sich ansehen ich bin nicht bereit dass ohne weiteres so hinzunehmen ich muss ein lindner mal daran erinnern weil er hier so ein flammendes plädoyer hält für steuerentlastungen dass die einzige steuerentlastung die er mit der fdp als sie in der letzten wahlperiode noch in der regierung gewesen sind die er zustande gebracht hat war die mövenpicksteuer das war die einzige entlastung zurückgenommen herr oppermann vier jahre hatten sie zeit das zurückzunehmen jetzt kommen sie in einer sieben jahre alten kiste ist ein arbeitszeugnis von ihnen ich doch bitte auch mal ausreden ich hätte sie gerne zurückgenommen wir haben hart verhandelt wir wollten sie zurücknehmen das war mit der union nichts zu machen weil das dogma lautete auf keinen fall eine steuererhöhung also ihre steuersenkung durfte jetzt nicht zu einer steuererhöhung da muss man ehrlich bleiben herr lindner sie haben in all ihrer regierungszeit sie haben ja immer mal wieder regiert ist nie geschafft irgendeine steuer zu senken sie haben immer viel versprochen und nichts gehalten auch das stimmt nicht vor dem ende wenn ich kurz aussprechen darf ich weiß dass sie auch vermissen uns ja richtig im bundestag wie sie sich auf mich einschießen gar nicht also das wenn ich irgendwas nicht vermisse dann sie im bundestag wirklich nicht aber am ende kommt es doch nicht darauf an an welchen steuern wir jetzt rumklamüsern sondern am ende kommt es darauf an wofür wird eigentlich das geld ausgegeben werden tatsächlich die leute unten die jeden tag an die arbeit gehen und die ist nicht gut haben entlastet und die werden einerseits entlastet wenn sie mehr im portemonnaie haben und sie werden andererseits entlastet wenn sie vernünftige infrastruktur schulen und so haben und eins hinzu wenn wir zum beispiel und das haben sie versäumt und das haben alle anderen versäumt in den letzten jahren genügend polizistinnen und polizisten einstellen weil wenn man 7000 neue stellen 7000 hat es gedauert herr kauder wie lange hat es gedauert jetzt mal egal wir haben es gemacht 16.000 sind abgebaut worden wo haben sie in nordrhein-westfalen regiert das ist jetzt genau die art von diskussion die wir in dieser sendung mal nicht versuchen wollten dass die grünen dass die grünen so schnell auf das thema innere sicherheit kommen das finde ich jetzt auch interessant vielleicht haben sie dann nachholbedürfnis vielleicht auch nicht die sicherheit war immer ein anliegen der grünen hat joska fischer steine auf polizisten geworfen können wir die mögen spicksteuer und die steine erst mal begraben vielleicht sagen sie einfach mal dass das ein fehler war dann haben die anderen auch keinen spaß mehr dran ja man hätte die mehrwertsteuer für die hotels nicht von einer grundlegenden reform trennen müssen aber stichwort postfaktisch fdp hat nie eine spende von mögenpick erhalten und es gab nie einen antrag der rot-grünen koalition aus nordrhein-westfalen das zurückzunehmen gut sieben jahre her da haben jetzt alle angefangen mitzuschleudern und das war jetzt mein versuch diese alten sachen wieder einzupacken am ende zu wort kommt frau petri natürlich das haben sich alle gestritten alle haben sich gestritten unter dem da hat es ganz kurz ganz kurz zeit ich würde ganz gerne auch was gerade rücken weil es glaube ich wichtig ist die kommunen den haben sie geld gegeben das mussten sie auch und sie wissen ganz genau warum weil sie ihnen auch seit spätestens 2014 und 15 unglaubliche lasten aufgebürdet haben die sie alleine nicht mehr tragen konnten also jetzt so zu tun als hätten sie ihnen wohltaten verabreicht die den bürgern den kindern den jugendlichen was meinen sie denn mit lasten wollen sie den begriff flüchtling gerade vermeiden wollen will ich gar nicht aber was meinen sie mit lassen es sind es sind die migrationskosten die vor allen dingen in den kommunen aufschlagen und wenn sie alle jetzt versuchen sich beim bei den steuern ein schönes antlitz zu geben dann müssen sie gleichzeitig sagen dass die abgaben dass die kosten sozialversicherung weiter steigen und den bürgern ist am ende egal das wissen sie ganz genau ob das steuer lohnsteuer oder krankenversicherung oder rentenversicherung drüber steht am ende geht es vom bruttoeinkommen ab das ist nicht gestiegen und es ist in den einkommensgruppen die sie alle plötzlich entlasten wollen das sind genau die der mittelstand die in den vergangenen jahren immer mehr gezahlt haben und im übrigen frau wagenknecht noch eins ich weiß ja das ist dissenz zwischen uns und ihr lieblingsthema wissen sie es gibt wissenschaftliche erhebungen darüber dass die von ihnen geforderte erbschaftsteuer die die fehler tat gern abschaffen möchte nichts zur umverteidungsgerechtigkeit sie trägt nicht dazu bei und sie schädigt den mittelstand und vielleicht dann schauen wir doch mal kurz ganz letzter satz zu herrn lindner und zu all denjenigen die jetzt plötzlich die großindustrie besteuern wollen und es vorher jahrelang nicht gemacht haben und sie hätten diverse von ihnen die gelegenheit diejenigen die eben ausland im ausland ihre gewinne kugel geringer versteuern als sie es im inland tun müssten dann tun sie doch was das dafür dass die diskrepanz zwischen der behandel des mittelstandes und den großen unternehmen getan wird da hatten sie genug gelegenheit stattdessen reiten sie auf titip und zeta herum obwohl das genau die abkommen sind die dem mittelstand in deutschland schaden frau peter ich wollte das wissen sie ganz genau aber es tut weh das kann ich verstehen bereicherung zu ihrer persönlichen bereicherung wollte ich nur darauf hinweisen dass wir entlastet haben die kommunen indem wir die kosten die von der rot-grünen vorgänger bundesregierung auf die kommunen ihre migrationskosten ich habe sie auch ausreden lassen das mache ich bei der grundsicherung für ältere haben wir voll und ganz übernommen wir haben den kommunen mehr als fünf milliarden zur verfügung das war nicht jetzt können wir das ist durch weil wir weil wir ein bundes teilhabegesetz gemacht haben also nicht immer gleich das was ein besonders logisch erscheint wir haben den kommunen geld gegeben das hat gar nichts mit der migration zu tun sondern mit den kommunen das hat sich beim zuschauer bewährt wenn das der reihe nach hören kann ich bin dafür dass wir bei den verschiedenen schuldzuweisungen den blick in die vergangenheit ein bisschen zurückstellen und nach vorne gucken da gibt es ja auch interessante forderungen steuern sind ja ein mittel der politik und letztlich geht es ja um die soziale gerechtigkeit in einer gesellschaft nicht nur bei wahlen aber da wird sie natürlich besonders heftig diskutiert steuern sind ermittel um für soziale gerechtigkeit zu sorgen und es gibt da eine steuer die führt so ein bisschen das dasein einer untoten das ist die vermögenssteuer für die einen ist es ein wahlkampf dauerbrenner für die anderen ist es ein rotes tuch und für andere wiederum ein rohr krepierer ich habe nun drei wahlkämpfe erlebt wo wir sie gefordert haben dreimal haben wir damit schiffbruch erlitten ich bin einfach dafür wenn man dreimal auf die nase gefallen hat ist dass man irgendwann mal merken muss so geht es nicht sigmar gabriel will die vermögenssteuer also nicht die grünen schon aber nur für superreiche wie die partei sagt und die linkspartei hat am wochenende nochmals bekräftigt sie fordert eine sogenannte millionärssteuer ab einem freibetrag von einer millionen euro sollen privatvermögen jedes jahr mit fünf prozent besteuert werden das heißt wer zb ein privatvermögen von zwei millionen euro hat müsste dann jedes jahr 50.000 euro zahlen 77 prozent der afd wähler finden laut die deutschland trend dass es in deutschland eher ungerecht zugeht 67 prozent ihrer wähler wäre da eine vermögenssteuer aus ihrer sicht eine gelegenheit für mehr gerechtigkeit zu sorgen die 77 prozent liegen übrigens unabhängig von der afd im deutschland weiten trend gibt überhebung dass am ende 80 prozent der leute glauben deutschland soll gerecht ja ja aber das nur weil sie das als afd zahl präsent repräsentieren die afd möchte in der tat die vermögenssteuer abschaffen genauso wie die erbschaftsteuer im de facto ist die vermögenssteuer erhebung zeigen dass sie in der tat auch bei den hohen erhebungskosten relativ wenig bringt deswegen möchten wir sie tatsächlich komplett abschaffen und was mit der erbschaftsteuer wir haben beschlossen dass wir die erbschaftsteuer komplett abschaffen möchten es gibt ja eine erbschaftsteuerreform ich glaube bei ihnen geht gerade was durcheinander also vermögenssteuer sie wollen beides ja das hat das ist relativ klar verständlich im afd-programm dass wir beides abschaffen möchten es hat eine erbschaftsteuerreform gegeben die halten wir für nicht zielführend weil sie gerade wieder den mittelstand belastet das proklamieren auch die familienunternehmen und in der tat sind wir der meinung dass beides als substanz steuern nicht hilft und wie ich es gerade schon ausgeführt habe das lässt sich auch wissenschaftlich nachweisen dass die abschaftsteuer nicht zur verteidigungsgerechtigkeit beiträgt das wird im politischen diskurs aber häufig übersehen herr lindner gräbt ihnen da gerade einer das wasser ab ich habe es so ein bisschen die augen zugemacht habe gedacht könnte auch von der fdp kommen ja in der tat wir sind eine mittelstand freundliche partei wir wissen wie übrigens beispielsweise auch der grüne ministerpräsident aus baden-württemberg dass die großen vermögen in deutschland in der regel familienbetriebe sind wir haben ja eben darüber gesprochen ich halte nichts davon dass wir den mittelstand der loyal zu seiner belegschaft ist gut bezahlt die investieren sollen weil wir die als basis brauchen dass wir die schwächen wir haben eben schon in der runde vorher ja gesprochen wo die eigentliche ungerechtigkeit liegt nun schauen sie er platzberg ich will durchaus auch die vermögensverteilung in deutschland gerechter machen aber ich schlage ein anderes konzept vor als beispielsweise von den grünen und den linken vertreten wird mich überzeugt nicht dass wir den einen etwas wegnehmen um es dann dem staat zu geben und dann soll es irgendwie gerechter zu gehen warum erleichtern wir es den menschen aus der mittel der gesellschaft nicht selbst zu etwas zu kommen indem wir bei steuern und sozialabgaben nicht so stark zugreifen und beispielsweise bei der grunderwerbssteuer wenn jemand zum ersten mal eine immobilie die er selbst nutzen will erwerben will da verzichten wir bis zu einer bestimmten höhe einfach auf die grunderwerbssteuer das erleichtert familien sich ein eigenheim zu leisten und das ist zugleich dann auch noch ein wichtiger bestandteil dazu die eigene altersversorgung stabiler zu machen mietfrei wohnen im alter das ist bester und guter beitrag um altersarmut zu verhindern und deshalb vermögensverteilung verändern ja aber nicht durch neiddebatten sondern dadurch dass man es der mitte der gesellschaft erleichtert durch fleiß und sparsamkeit sich selbst etwas aufzubauen der vorwurf der neiddebatte geht an sie frau wagenknecht die vermögenssteuer sie erinnern sich ist abgeschafft worden weil ja sehr schwer zu unterscheiden ist was ist zb bei einem privaten unternehmer herr linden hat es angesprochen bei mittelständischen unternehmern was ist da das private vermögen was gehört zum betrieb haben sie da eine lösung parat wenn sie so auf die vermögenssteuer pochen die der spd-chef als dreimal auf die nase gefallen wir lassen sein tituliert hat also sicherlich wäre es nicht verfassungskonform wenn betriebsvermögen komplett rausnimmt aber natürlich kann man bei betriebsvermögen höhere freibeträge machen oder man kann beispielsweise anbieten also es gibt ja verantwortungsbewusste unternehmerinnen und unternehmer die haben teile ihres betriebes auch in stiftungsvermögen überführt das wäre ja dann nicht betroffen also da gibt es viele varianten aber ich will noch mal sagen also mit neiddebatte hat es überhaupt nichts zu tun wenn man anspricht dass die soziale kluft immer größer wird und man muss sich einfach mal ansehen die vermögen der multimillionäre und milliardäre wachsen jetzt seit jahren um acht bis zehn prozent im jahr jedes jahr ist das das plus das heißt wir linken mit unserer bescheidenen fünf prozent forderung würden noch nicht mal den zuwachs der vermögen der reichsten sozusagen damit aufheben geschweige denn würden wir das sozusagen was eigentlich notwendig wäre komplett um verteilen aber man muss doch etwas dagegen tun dass ich immer mehr vermögen in den händen von immer weniger leuten konzentriert das ist mit demokratie wirklich nicht sie behaupten dass so steil darf ich sie mal mit einer zahl konfrontieren es ist sehr schwer ich gebe ich zu vermögen zu gewichten und sich da valide zahlen zu besorgen wir haben das versucht und sind auf diese von uns auch überprüfte zahlen noch mal gekommen da hat sich gar nicht so viel geändert das ist sicher nicht gut aber es ist nicht so dass ich das dramatisch geändert hätte seit fast 15 jahren sind die zahlen nahezu unverändert die reichsten zehn prozent in deutschland besitzen fast 60 prozent des gesamten vermögens die unteren 50 prozent besitzen insgesamt 2,5 prozent des vermögens da müssen sie dazu sagen welche welche stichproben das sind das ist nämlich die einkommens- und verbrauchsstichprobe und das soll das heißt das sind panel befragungen und man weiß das ist bekannt dass die allerreichsten also die oberen ein prozent die die wirklich die multimillionäre sind die sind da nicht drin weil die gar nicht erfasst werden statistisch und deswegen sind natürlich diese zahlen sagen mal die beschreiben so die breite vermögensbeteilung aber sie beschreiben nicht was sich an der spitze konzentriert da gibt es andere untersuchungen die wirklich die reichsten drin haben und da kommen sie zu ganz anderen vermögenskonzentrationen darf ich eine frage nur stellen frau wagenknecht das was sie vorschlagen hat doch die französische regierung unter herrn holland auch tun wollen und das ergebnis dort war doch der schauspieler wurde russe und die französische wirtschaft ist zusammengebrochen wieso lernen sie nicht von dem französischen beispiel also erstens ging es da überhaupt nicht um vermögensbesteuerung sondern um einkommensbesteuerung sollte man schon eigentlich als fdp politiker unterscheiden und das zweite ist natürlich kann man zum beispiel verhindern dass sich leute dadurch um steuern drücken dass sie ins ausland gehen wenn wir hier ein steuerrecht hätten nein wenn wir hier ein steuerrecht hätten wie die vereinigten staaten in den vereinigten staaten muss jeder staatsbürger amerikanische steuern zahlen wenn er ins ausland geht dort weniger steuern hat muss er die differenz in den usa zahlen also warum machen wir sowas nicht statt immer zu sagen wir müssen die mittelschicht belasten weil die kann nicht weg und die wirklich reichen die machen sich einen schlanken fuß also ich finde ich finde da hat frau wagenklech wir haben eine extreme ungleich verteilung des vermögens in deutschland anders bei den einkommen da hat es ist hat es sich nicht weiter auseinanderentwickelt da hat der mindestlohn geholfen gute tarifabschlüsse haben geholfen dass die arbeitnehmer wieder mehr nettoeinkommen netto kaufkraft zusätzlich bekommen aber die vermögen sind extrem gespreizt und deshalb wäre eine vermögensteuer eigentlich gerecht das finden auch viele so aber wer sich mit der vermögensteuer beschäftigt hat der findet auch schnell heraus dass es ein ziemliches bürokratisches monstrum ist weil sie das gesamte vermögen erfassen müssen und streit über jeden einzelnen vermögensbestandteil dann entsteht und deshalb plädiere ich dafür doch gerechtigkeit er dadurch herzustellen dass wir bei der einkommensteuer mit dem spitzensteuersatz von 42 prozent doch noch ein bisschen luft nach oben ich glaube ich würde nicht auf 75 prozent gehen wie frau wagenknecht das halte ich für völlig unverhältnismäßig dass wir nicht den spitzensteuersatz wo er jetzt ansitzt auf 65 da wollen wir den alten kohlschen spitzensteuersatz von 53 prozent wieder man was unter helmut kohl in besonderer weise sollte es jetzt nichts revolutionäres sein zu den zuständen zurückzukehren die sie damals aber da hatten wir vier millionen arbeitslose und da möchte ich ehrlich gesagt nicht zurück nein das war nicht der grund aber weil es ein verknöchertes system war und weil es keine innovationen mehr gab weil das völlig verkrustet war und dass es damals gut war das ist jetzt mal eine journalistische pflicht entschuldigung aber in oppermann in dieser formulierung beim spitzensteuersatz ist noch luft nach oben zu einer präzision zu bringen wo hätten sie ihn denn gerne wenn sie regieren oder sagen wir realistischer mit regieren würden das haben wir noch nicht beschlossen deshalb kann ich das hier auch nicht verkünden aber wir werden darüber diskutieren und wenn ich sage da ist luft nach oben dann meine ich jedenfalls mehr als 42 prozent da gibt es ja da gibt es ja je nachdem wie die koalition zustande kommen da ist ja alles möglich also fast alles ist da möglich da muss man auch von geringeckert mal fragen da gibt es auch eine wolkige formulierung die grüne vermögenssteuer die gibt es nämlich auch sie haben bisher sich da zurückgehalten aber die grüne vermögenssteuer dann führe ich sie ein die soll wirklich nur die superreichen treffen ab wann ist man denn in den augen der grünen superreich also wir haben eine lange diskussion über vermögensbesteuerung hinter uns und ich glaube es gibt einen ganz wichtigen punkt der heißt es muss so sein dass auch leute die wirklich superreich sind und ich sage gleich was ich damit meine zum beiden beitrag leisten zu dem was gesellschaftlich geleistet werden muss es kann nämlich nicht sein dass man einerseits sagt da gibt es da unten ein paar die sind abgehängt und da gibt es da oben ein paar die machen sich aus dem stau das finde ich können wir wenn wir über zusammenhalt der gesellschaft reden nicht akzeptieren deswegen die superreichen müssen einen beitrag leisten so und dann kann man jetzt bei da kam es irgendwelche geldbeträge festlegen das ist bei vermögen ziemlich schwierig wir haben gerade darüber geredet wie kompliziert das ist deswegen sage ich das kann sich jeder vorstellen es gibt leute die legen ihren gästen als bettopfer rolex auf den nachtisch und die gehören für mich zu den superreichen wir haben über das eine prozent ja die gibt es herr kaudern ich glaube dass das leute haben sie den umgang ich glaube dass das leute sind mit solchen nicht frage ich glaube dass es nur eine zur präzisierung eine frage wie wollen sie das denn kontrollieren möchten sie neben den betten stehen und gucken welche uren da liegen ja wir können ja wir können ja auch ein bisschen lustig machen aber es geht gar nicht um lustig sondern es geht um die frage wie ist es mit den leuten die sich aus dem staub machen die einerseits ihr vermögen ins ausland bringen und die andererseits eine million nach der anderen scheffeln und eben nichts dazu beitragen es gibt da bin ich wahrscheinlich sogar bei herrn lindner es gibt bei vielen unternehmen gerade bei denen die inhaber geführt sind welche die sich sehr wohl für die gesellschaft engagieren die das tun was der staat nicht tut die sich sozial engagieren die sich für bildung engagieren und so weiter und steuern zahlen arbeitsplätze schaffen deswegen brauchen wir auch keine neiddebatte aber wenn man zusammenhalt will dann heißt das dass die superreichen die wirklich sehr viel haben auch einen beitrag leisten sollen ich finde das muss für eine gesellschaft die grünen haben die grünen sage ich schon die linkspartei hat es präzisiert sie hat gesagt die erste million ist bei der vermögenssteuer frei ab der zweiten wird vermögensteuer gezahlt fünf prozent macht 50.000 euro auf die zweite million im jahr wenn ich richtig rechnen kann richtig frau wagenknecht toll und sie kommen hier im exakt sind natürlich die freibetriebe ja okay aber aber vor gehring eckert aber ich weiß gar nicht ich stotter gerade rum ich muss doch nachfragen sie können so jetzt nicht mit dem uhren vergleiche sitzen lassen ab wann ist man super reich ab wann muss man vielleicht gibt es ja den einen oder anderen gut verdienen menschen der sagt die grünen haben ein so tolles umweltprogramm ich mache auch gerne was dafür aber ich möchte schon wissen ob ich bei denen steuerlich mit was rechnen wir mehrere dinge festgelegt in dem beschluss zum beispiel dass keine arbeitsplätze gefährdet werden dürfen das heißt für ein unternehmen wenn es um unternehmen geht was reinvestiert was in den betrieb reinvestiert dann stellen wir das frei wir haben deutlich keine antwort auf meine frage ab wann ist man super reich das ist eine antwort auf ihre frage weil man nicht eins zu eins sagen kann ab dem betrag ist man super reich sondern jemand der reinvestiert in sein unternehmen arbeitsplätze schafft oder sichert dem werden wir sagen du musst keine vermögenssteuer zahlen jemand der das alles auf sein privates konto schäffelt und dann immer reicher wird und multimillionär ist dem werden wir sagen aber wie wollen wir kontrollieren gibt es dann so eine art castingshow für super reich das problem ist dass an vielen stellen ja das betriebliche und private vermögen gar nicht sauber getrennt werden kann das ist das problem warum ja einmal die erbschaftssteuer vom bundesverfassungsgericht auch abgeschafft worden ist es ist auch hoch bürokratisch die erbschaftssteuer ist für nichtig erklärt worden ja ich komme gleich auf den punkt da werden sie sich wundern also auch die vermögenssteuer das jedes jahr zu spielen dieses spiel was ist betriebliches was ist privates vermögen mit der verschonung wieder des betrieblichen vermögens daran glaube ich nicht dass das überhaupt rechtlich sauber hinzubekommen ist die erbschaftssteuer der großen koalition muss man den menschen mal sagen steuersatz null für betriebliches vermögen aber sehr kompliziert und bürokratisch das wird auch nicht rechtlich bestand haben fürchte ich denke das wird verworfen werden erbschaftssteuer komplett abschaffen wie frau petri halte ich für ungerecht mein vorschlag warum machen wir nicht verzicht auf die vermögenssteuer aber wir behalten die abschaffensteuer bei keine ausnahmen ob es betriebliches oder privates vermögen ist keine ausnahmen dafür ein niedriger steuersatz zehn prozent auf betriebliches und privates vermögen das muss gezahlt werden ist ja dann einmal pro generation man kann das innerhalb eines jahrzehnts an den staat überweisen das wäre gerecht das wäre unbürokratisch das wäre ein beitrag zur finanzierung des gemeinwesens und kein mittelständisches unternehmen würde dadurch in die knie gehen ich denke so eine einfache lösung kann manchmal die beste und die gerechteste sein darf ich das zitat auch verwenden einfach und transparent ist die gerechteste lösung das ist fast schon populistisch sie waren echt gut aber eines haben alle jetzt können sie ja gut das ist sogar gut so aber eines haben sie alle wieder gemacht sie haben darüber geredet ob man besonders sie mit dem höheren steuersatz sie reden immer davon wie wir noch mehr nehmen kann der lindner das haben sie auch gemacht und von den grünen und die erbschaftsteuer nicht abschaffen sondern ohne ausnahmen zu nehmen das ist ja gerade das was wir nicht möchten zumal sich eben erwiesen hat dass es keine verteilungsgerechtigkeit dabei gibt aber das entscheidende ist doch nicht dass der staat immer mehr nimmt was er die vergangenen jahre und jahrzehnte sowieso gemacht hat sondern die frage ist wo der staat auch sparen kann und darüber sagen sie alle wieder einmal nichts das heißt es geht immer nur darum immer noch mehr einzunehmen und dabei dabei bleibt naja gut fehlausgaben leistet der staat an mancher stelle und wir können auch gern wenn sie das thema migration weil es ihnen weh tut nicht nehmen wir können auch die energiewende nehmen auch da wird der bürger über abgaben extrem belastet entschuldigung entschuldigung wollen wir doch mal darüber reden was bei den leuten proponee ankommt oder nicht ankommt aber das ist nicht der staatshaushalt kosten für die energiewende nicht außen vor nehmen das stimmt ich weiß ja nicht wo sie leben herr lindner das stimmt zu ende formulieren lassen doch zu ende formulieren bin auch gleich fertig damit das heißt all diese zusätzlichen abgaben die doppelbesteuerung die durch ökosteuer untergleich zustande gekommen sind das ist was zusätzlich zur einkommensteuer seit jahren für die bürger immer mehr wird das lassen sie alle ganz gerne tisch fallen und deswegen frau wagenknecht wir hatten uns zu dem thema schon mal ausgetauscht die 53 prozent die sie haben wollen die klingen auf dem papier schön aber ein transparentes steuersystem würde verhindern dass so viele die eigentlichen steuersatz zahlen müssten in einem ende tatsächlich nicht zahlen und deswegen sollten wir vom grunde auf anfangen wir brauchen ein einfaches und transparentes und verständliches steuersystem mit möglichst wenigen ausnahmen das ist die größte gerechtigkeit die sie den steuerzahlern geben können und dabei reden wir heute abend hier bei ihnen jedenfalls nicht darüber würden wir aber ganz gern reden ich wollte nur darauf hinweisen dass wir in der union ganz klar gesagt haben keine vermögensteuer weil wir nicht sehen können wie eine vermögensteuer in der abgrenzung zu den familienbetrieben wirklich verfassungsrechtlich funktionieren kann das bundesverfassungsgericht hat entschieden damals dass freibeträge für für betriebliche vermögen sich nicht eklatant unterscheiden dürfen bei für freibeträge bei privaten kriegt man nicht hin und jetzt herr lindner zur erbschaftsteuer mit dem thema habe ich mich lang genug rumgeschlagen und da kann ich nur wir haben schon in der letzten großen koalition einen guten vorschlag gehabt das was im betrieb bleibt nicht besteuert wird das hat dann beim bundesverfassungsgericht gewisse probleme geben aber jetzt mit so einer flat text zu sagen also wir machen zehn prozent erbschaftsteuer auf alles ohne ausnahme da kann ich ihnen sagen hat bundesverfassungsgericht uns ziemlich deutlich gemacht dann gibt es auch keine ausnahmen mehr auf das kleine hausgrundstück das der einzelne hat und das möchte ich nicht dass der bürger der sich ein kleines haus erspart hat wenn das vererbt dann seine kinder dann zehn prozent erbschaftsteuer zahlen muss alles andere nein das geht eben da nicht sie haben gesagt ohne ausnahme und das geht da nicht natürlich mit solchen mit solchen formulierungen kommt man wirklich nicht weiter sondern wir haben das privatvermögen des kleinen hausbesitzers weitgehend freigestellt sie haben auch das privatvermögen des unternehmers und regadärs freigestellt unter bestimmten das stimmt doch überhaupt natürlich ich kann dem vorschlag ich kann sie mir kurz einzugreifen hier gibt es hier gibt es ein diszenz was ein freibetrag angeht sie sagen zehn prozent auf alles plus freibetrag herr kauder sagt ist verfassungsrechtlich nicht möglich versuchen wir im faktencheck zu klären sehr gut ich kann es hier nicht klären und wir machen das morgen kurz vor mittag wenn sie es bei uns sehen können wenn wir die richtigen juristen auftreiben aber ich bin da ganz optimistisch ich kann dem vorschlag von herrn lindner etwas abgewinnen unser jetziges system ist unbefriedigend wir haben uns nur nach großen mühen auf so eine erbschaftsteuer geeinigt einige wollten sie auch abschaffen in der koalition wir haben sie verteidigt weil ich finde eine erbschaftsteuer ist auch eine grundfrage der gerechtigkeit denn ich finde jede generation sollte sich ein teil des wohlstandes den sie genießen möchte selbst erarbeiten wenn wir nur noch erben generationen haben wo die erbschaften ungeschmälert weitergereicht haben verliert diese gesellschaft erneuerungsfähigkeit und innovationskraft aber deshalb sage ich kann einen einsatz hinzufügen ich finde den vorschlag den herr lindner gemacht hat konstruktiv sollten die wählerinnen und wähler so entscheiden dass wir in irgendeiner form mal darüber verhandeln müssen in einer koalitions über die man reden kann da passiert was heute abend ist britzelt ich komme gleich zurück mit unserem thema geld wird es nicht reichen alleine nicht keine koalitions diskussionen führen weil ich normalerweise weiß wie sie darauf reagieren aber wenn sich da inhaltlich schnittmengen bilden das war eine avance haben sie es verstanden natürlich wir kommen gleich zurück mit dem prüfstand thema sicherheit und jetzt ist begitete wüscher dran mit unseren zuschauern vielen dank bisher hin und man kann in diesem superwahljahr 2017 einen sehr verschiedenen blick auf unser land haben und zwei meinungen möchte ich mit denen möchte ich beginnen die das vielleicht verdeutlichen eine e mail von hans joachim ladusch er schreibt uns mit blick auf mindestens drei themen er sagt die sicherheitslage in deutschland ist aufgrund der merkelschen flüchtlingspolitik so schlecht wie nie besserung ist nicht in sicht auch bei den renten hat frau merkel ihre zusage die renten in ost und west bis 2020 anzugleichen gebrochen und ein gerechtes steuersystem gibt es nicht vielleicht aber doch auch ganz anders die meinung von helmut petermann klingt nämlich so im gästebuch schreibt er uns allen geht es relativ gut wir erwirtschaften starke exportüberschüsse da die welt made in germany vertraut für 2016 wurden sehr starke steuereinnahmen generiert und und all das sind punkte über die wir uns freuen können auf die politiker stolz sein können lohnt es sich nicht auch mal über positives zu diskutieren das thema steuern natürlich auch dazu gibt es ganz viele meinungen bei unseren zuschauen sie haben das parallel mit euch diskutiert und im gästebuch hat wolfgang mücke geschrieben eigentlich waren uns erhebliche steuer erleichterung in dieser legislaturperiode versprochen worden die fallen jetzt kleinlich aus wenn sie überhaupt noch kommen der grund sind die enormen direkten und indirekten kosten der ungehemmten zuwanderung steuersenkungen gute idee nicht unbedingt unsere zuschauerin petra gammersbach schreibt bei facebook steuersenkungen sind die dümmste variante um familien zu entlasten hier profitieren doch nur besserverdiener und familien mit nur einem kind wer mehrere kinder hat zahlt ohnehin nur sehr wenig steuern aber reichlich sozialabgaben und noch ein tweet von philipp kranich zu diesem thema er sagt der steuerüberschuss darf nicht zu steuerentlastungen führen langfristig muss weiterhin das bildungssystem investiert werden ja welche parteien in diesem jahr sind vielleicht dazu da um eine lösung zu finden für dieses land für die vielen fragen alte wege alte methoden manche zuschauer sagen haben unser land vor die wand gefahren dieser meinung ist zum beispiel heinz peter heilmann der schreibt bei facebook und jetzt wird es sportlich sport metaphorisch gesprochen hat das alte politische team versagt und es ist an der zeit einen trainer mit neuen methoden zu holen und die mannschaft neu zu formieren und das möglichst schnell könnte das vielleicht eine neue eine relativ junge bundespolitische partei sein also die afd auch dazu diskutieren unsere zuschauer besonders bei facebook und isabel gerke schreibt die meisten menschen können es sich gar nicht leisten die afd zu wählen denn die afd ist eine partei der reichen und superreichen die nichts aber auch gar nichts von ihrem reichtum abgeben wollen vielleicht noch ein kleiner appell bei unseren zuschauern sich in diesem wahljahr einfach auch vernünftig miteinander zu unterhalten und sich nicht nur zu beschimpfen und zu schreien und ich glaube diesen appell werden in diesem jahr noch ganz oft hören vielen dank für diesen überblick und noch danke für den appell unsere zuschauer weitgehend wird er heute schon befolgt der nächste prüfstand und da gibt es wieder eine 20 sekundenrunde diesmal fängt frau petri an aber erstmal gucken wir uns das thema 19 dezember kurz nach 20 uhr ein lastwagen rast in den weihnachtsmarkt an der berliner gedächtniskirche zwölf menschen sterben viele werden verletzt 73 minuten nach dem anschlag twittert der nrw-landesvorsitzende der afd marcus prezent wann schlägt der deutsche rechtsstaat zurück wann hört diese verfluchte heuchelei endlich auf es sind merkels tote und unser gast sarah wagenknecht äußerte sich dazu anfang januar so es gibt eine mitverantwortung aber sie ist vielschichtiger neben der unkontrollierten grenzöffnung ist da die kaputt gesparte polizei die weder personell noch technisch so ausgestattet ist wie es der gefahrenlage angemessen wäre ebenso fatal ist die außenpolitik die von merkel unterstützten ölkriege der usa und ihrer verbündeten denen der islamische staat erst seine existenz und stärke verdankt frage an die runde trägt angela merkel tatsächlich eine mitverantwortung für den islamistischen terror des vergangenen jahres 20 sekunden bei jedem dann diskutieren wir von petri wenn irgendjemand in einem land egal in welchem eine politische verantwortung für die geschicke eines landes trägt es die regierung und da unsere bundeskanzlerin dieses land nach wie vor regiert trägt sie selbstverständlich eine mitverantwortung für all das was im rahmen der illegalen migration und unkonsulter grenzen geschehen ist und selbstverständlich auch für die toten von berlin trägt angela merkel tatsächlich eine mitverantwortung für den islamistischen terror der vergangenen jahre herr lindner also ich will die frage schon in farm das auch ganz klar zu sagen es gibt leider terrorismus in der welt und islamismus den gäbe es auch ohne die in der sache falsche flüchtlingspolitik um das klar zu machen es war falsch die grenzen zu öffnen regeln aufzuheben es gibt immer noch kein einwanderungsgesetz wir haben keinen europäischen grenzschutz daran sollten wir nüchtern arbeiten und unsere polizei in die lage versetzen sicherheit zu gewährleisten aber solche schuldzuweisungen zerstören die politische kultur frau geringe eckert ich fand es richtig dass die flüchtlinge aufgenommen worden sind dass wir unser asylrecht in deutschland ernst genommen haben ich finde es falsch dass in den letzten jahren immer wieder polizei abgebaut worden ist wir nicht genügend polizei in deutschland haben sie sich noch an die frage und zwar auf allen ebenen ich finde es falsch so zu diskutieren als wäre alles richtig gelaufen das stimmt nämlich auch nicht wenn man sich den fall amri anschaut dann sind sehr viele fehler gemacht worden und wer dafür verantwortlich ist das müssen wir klären frau wagenknecht sie haben die richtung mit vorgegeben auch für diese frage ja also als wir im dezember 2015 im bundestag darüber debattiert haben ob sich die bundeswehr an dem völkerrechtswidrigen krieg in syrien beteiligen soll haben wir als linke gesagt wer sich an solchen kriegen beteiligt der erhöht die anschlagsgefahr in deutschland und der islamistische terrorismus ist nicht vom himmel gefallen er ist auch das produkt von kriegen und kriegspolitik selbstverständlich unterhält die mitschuld unter anderem also es gibt noch eine reihe weiterer faktoren aber das ist ein ganz wichtiger faktor und natürlich auch die kooperation mit regimen wie saudi arabien oder türkei die solche gruppen ja massiv stärken auch das ist merkels politik uns ist die brisanz dieser frage durchaus bewusst und wir hören mit interesse die antworten von den oppermann ich finde nicht dass man für diesen grauenhaften terroranschlag eine persönliche verantwortung zuordnen kann aber wir alle tragen verantwortung dafür dass sich so etwas nicht wiederholt wir brauchen eine härtere gangart gegen gewaltbereiten islamismus wir brauchen mehr polizei in deutschland und mehr prävention und wir dürfen nicht zulassen dass in moscheen gibt hass gegen andere menschen gepredigt wird solche moscheen müssen geschlossen werden ich halte auch die frage für infam und was wir im jahr 2015 gemacht haben das war eine humanitäre notwendigkeit dazu stehe ich und das sage ich nach wie vor und diejenigen wir haben einen islamistischen terror der kam aber nicht mit der flüchtlingsbewegung allein ins land sondern hat schon viele bewegungen vorher gegeben es gibt auch leute die als deutsche sich radikalisiert haben und ich teile deshalb die auffassung wir müssen die moscheen stärker kontrollieren und schließen als ich das vor einem jahr gesagt habe ging eine diskussion durch land kauder will alle moscheen kontrollieren ich habe kaum unterstützung bekommen bin jetzt froh darüber dass der koalitionspartner auch die grünen mich darin unterstützen dass dort die die brutzellen des terrors in manchen moscheen geschlossen werden müssen der lerneffekt ist rasant in diesen tagen herr kauder sind schon mitten in die diskussion rein der ausgangspunkt für diese frage war ja tatsächlich dass zwei aus dieser runde einer indirekte einer parteiangehörig eine mitschuld merkels gesehen haben herr kauder er generalsekretär peter tauber hat frau wagenknecht und frau petri als doppeltes lottchen des populismus in deutschland bezeichnet bei der aussage hier haben wir inhaltliche überschneidungen gesehen sehen sie zwischen den beiden auch kaum unterschiede in dieser frage ach die formulierung fand ich ganz lustig und ich kann nur sagen ich sehe in der einen oder anderen formulierung auch wenn ich manche reden von frau wagenknecht im deutschen bundestag höre durchaus inhaltlich gemeinsame überzeugungen wie weit die sich da nahe stehen ist nicht mein thema es ich will mich darüber auch gar nicht groß unterhalten wir sind die regierungspartei wir müssen wollen dass angela merkel auch nach der nächsten wahl bundeskanzlerin bleiben da müssen wir den leuten sagen was wir mit unserem land vorhaben was wir machen wollen und da muss ich mich nicht abwehrend mit anderen unterhalten sondern ich sage den menschen das ist unser programm und dafür bitten wir um unterstützung frau petri es gibt bei harter bafer keine sippenhaft trotzdem kann ich in diese frage nicht ersparen finden sie den tweet den wir eben gezeigt haben das nrw landesvorsitzende markus brezell heute noch angemessen ein paar minuten nach dem anschlag zu twittern sind merkels tote naja wenn sie sagen ein paar minuten nach dem anstatt dann stimmt das nicht ganz weil tatsächlich der durchaus einige zeit nach dem erschien und man in ausländischen medien sagt ich gucke noch mal nach 72 minuten ich muss noch mal nachkommen ja genau es war über eine schreit 33 über eine stunde danach es war über eine stunde danach und zu diesem zeitpunkt konnte man in ausländischen medien bei cnn oder auch im polnischen fernsehen schon längst fakten lesen die die deutschen medien einfach nicht gebracht haben das ist sehr bedenklich damals hat das ztf noch das ztf noch herr plasberg behauptet es sei wohl der polnische beifahrer gewesen von dem man hinterher wusste dass er ermordet wurde also seien wir doch mal ehrlich die deutschen medien hingen aus welchem grund auch immer mit der berichterstattung tatsächlich hinterher was hat der tweet entschuldigung was hat der tweet 73 minuten danach es sind merkels tote mit spekulationen die in medien ob das jetzt gut ist oder nicht seine ganz andere frage keine spekulationen das ist der punkt und sie haben doch gefragt ob er wenige minuten danach angemessen war darauf habe ich ihnen antwortet dass es nicht um wenige minuten gegen sondern um einen ermittlungsstand und einen wissensstand zu diesem zeitpunkt der aus welchem grund auch immer im ausland deutlich besser war als am ort des geschehens worauf sie aber eigentlich wollen das will ich ihnen gerne beantworten ob der duktus zu hart war das ist ja ihre eigentliche frage und da sind wir wieder meine frage noch selbst präzisieren bevor sie mich interpretieren dass etwas sachlich begründet oder unbegründet ist darüber kann man streiten ich finde es relativ klar aber es gibt ja auch noch solche faktoren wie wie takt wie menschlichkeit wie mitgefühl zum beispiel hatten die angehörigen der opfer noch gar keine informationen die wussten vielleicht nur da sind mein bruder meine schwester auf dem weihnachtsmarkt gewesen und dann rast ein tweet durchs internet der von merkels toten spricht muss man da nicht sagen da fehlt es an takt an menschlichkeit mitgefühl ich glaube gerade die afd hat in den tagen danach gezeigt dass wir im gegensatz zur bundesregierung sehr viel mitgefühl für die opfer gehabt haben wenn wir sehen wie lange es gedauert hat bis überhaupt die bundesregierung sich dazu herabgelassen hat die auch mit den opfern zu beschäftigen also ich glaube da sind wir uns glaube ich auch einig dass hier die opfer gerade in dem fall des anschlags die geringste rolle gespielt haben da hätte die bundesregierung nachlegen also wenn wir jetzt mal schauen wollen wer noch so reagiert hat dann schauen mal nach bayern da der söder glaube ich am nächsten morgen herr seehofer war es entschuldigung etwas sehr ähnliches gesagt in auch in harten worten hat politische verantwortung zugewiesen richtigerweise an frau merkel und insofern müssen wir uns doch fragen wollen wir jetzt ehrlich miteinander sein und das sind wir den opfern auf jeden fall schuldig und ist die reichheit ich finde das schlicht und ergreifend notwendig wie sie hier argumentieren wären wir viel ehrlicher gewesen dass mein letzter satz hat dann wäre es gar nicht selber journalisten auszusperren und dann hier die große worte führen denn die sicherheitsbehörden ich weiß dass es ihnen weh tut und es tut uns allen weh die sicherheitsbehörden warnen seit langem vor anschlägen dieser art weil ihre politik ich weiß dass es ihnen weh tut aber auch sie müssen das ist gar nicht was sie sagen das ist gefährlich ich bin entsetzt über das was sie sagen das geht mir endlich da es tut ihnen nicht weh mir tut es weh dass die politik ihrer regierung zu solchen zuständen in deutschland für das ist die menschen ab qualifizieren bevor wir die zustände reden mache ich einen letzten entschuldigung darf ich noch darf ich einfach gleich auf die sache zurückkommen das wort gegeben er hat noch mal das ist mein gutes recht plump dummen vergleich oder meinen die diffamierung meiner person dass ich irgendwie die afd-ecke gestellt werde hier noch mal wiederholt also da möchte ich schon noch mal da was dazu sagen weil ich finde wirklich das ist eine ungeheuerlichkeit also wer mein zitat gelesen hat und wer mein interview gelesen hat wird ja wohl den deutlichen unterschied zu derartigen fix wahrgenommen haben und deswegen finde ich es eine unverschämtheit ja auch wenn sie hier grün schwarz einig sind ich finde es eine unverschämtheit mich in diese ecke zu stellen ich finde emotionale diskussionen gut weil sie manchmal auch zu bohrtiefe führen man muss es akustisch darstellen ohne dass ich von grün schwarz niedergebrüht werden es sind merkels tote hat der nrw landesvorsitzende getwittert sie haben auch von merkels mitschuld gesprochen haben das ausführlich begründet und selbstverständlich haben regierungschefs eine mitverantwortung gerade wenn sie sicherheitsbehörden klein sparen wenn sie kriegspolitik machen aber das sie meine wir haben vorhin gesehen in der steuerpolitik da gibt es also eine ganz massive nähe von frau petri und herrn kauder weil natürlich beide gegen vermögens- und erbstoffsteuer sind sollen wir uns jetzt hinstellen und sagen ja gut herr kauder sie sind afd-nah ich finde das ist einfach primitiv das ist kein keine kulturvolle auseinandersetzung und ich wünsche mir dass ich glaube die menschen erwarten dass wir auch über die sache mal sprechen hier wahlkampf betreiben das hat ja zwei personen dieser runde in die afd ecke gestellt der linder hatte ja auch das vergnügen in die frage ist tatsächlich mit welchem drive und mit welchem tonfall und mit welcher atmosphäre wir in dieses wahljahr gehen twitter ist ein stilmittel nicht nur bei amerikanischen präsidenten sondern auch bei nrw landesvorsitzenden bei einer fraktionsvorsitzenden der linkspartei damit wird politik gemacht und deswegen wird man auch darüber reden müssen auch wie sie eingeordnet werden wir haben das gehört von vp wir haben es gehört von frau wagenknecht sie drängt zur sache hellen ja ich finde wir sollten in deutschland mehr über die probleme in der sache sprechen als sage ich mal den rändern raum zu geben die dann die debatte bestimmen und ihr tempo und in der sache kann man doch ganz nüchtern sich ansehen wo ist das problem das problem ist wir haben kein einwanderungsgesetz in deutschland das präzise unterscheidet zwischen flüchtlingen die wirklich bedürftig sind und die dann schutz erhalten aber nur auf zeit und wer auf dauer bleiben will der muss sich darum bewerben mit klaren kriterien und wer weder die kriterien erfüllt für dauerhaften aufenthalt und nicht bedürftig ist der muss sofort ausgewiesen werden da ist dann die verantwortung der bundesregierung endlich robuste rücknahme abkommen mit nordafrika zu beschließen wir kriegen alle die kataloge für urlaub in tunesien aber es ist immer noch kein sicheres herkunftslands kann man doch niemandem erklären die grünen müssen ihren widerstand dagegen einstellen die sicheren herkunftsländer um die besagten maghreb staaten zu stimmen außerdem sagte kretschmann die kriminelle energie die von gruppierungen junger männer aus diesen staaten ausgeht ist bedenklich und muss mit aller konsequenz bekämpft werden sie sind die grünen blockieren das hören sie auf mit der blockade oder ist herr kretschmann wie herr lindner sagt irgendein grüner wir machen nein ist er nicht er ist unser größter und großartig ist die blockade auf oder nicht es ist absurd über die frage einerseits herkunftsländer und andererseits sicherheit zu reden weil jeder hier weiß sie haben es übrigens selber gerade gesagt herr lindner jeder hier weiß der herr amri gehört zu denen die in abschiebehaft hätten gekonnt die sogar in untersuchungshaft hätten gekonnt herr amri hätte längst zurückgeführt werden können und zwar völlig unabhängig davon wie dieses land eingestuft ist aber abhängig davon ob diese bundesregierung da sind wir uns ja sogar einig ob diese bundesregierung in der lage ist diese rückkehr abkommen wirklich zu machen und ich habe nicht gesehen dass irgendjemand aus der bundesregierung da permanent auf der matte steht und ich habe nicht gesehen dass wirklich verhandelt worden ist ich habe geringeckert ich hatte er unterbrochen ist auch gleich wieder dran zeigen sie uns doch mal wir sind bei so einem wahlcheck bei dem ersten im wahljahr was kann man von den grünen erwarten vieles könnte einfacher sein sie haben recht haben mit dem was sie gerade gesagt haben aber vieles könnte einfacher sein wenn diese länder sichere herkunftsländer wären herr kretschmann sagt lass uns das machen ist das der grüne kurs oder ist es eine minderheiten meinung nein das ist nicht der grüne kurs sondern der kurs von baden württemberg aber ich sage ihnen ich mache alles mit was tatsächlich hilft mir sicherheit herzustellen also auch dass das kretschmann sagen dazu gehört dass das solche gefährde auch tatsächlich überprüft werden und dass sie beobachtet werden es ist doch absurd dass wir einen top gefährde haben ich habe es bisher glaube ich haben das ganz gut hingekriegt dass der reihe nach zu machen der lindner war dran wir stellen fest herr kretschmann ist ein teil der grünen frau geringe eckhardt mal alles mit was sich als vernünftig herausstellt man weiß aber nicht was das mit den herkunftsländern mit den sicheren herkunftsländern schau mal einfach auf die taten schön sie frau geringe eckhardt da wo sie regieren in den ländern ist überwiegend die beschränkung der bewegungsfreiheit von gefährdern die rückführung die abschiebung ein fremdwort geworden ich komme ja aus rhein-westfalen und jetzt kommen wir zu meinem letzten punkt ja frau geringe eckhardt in nordrhein-westfalen tragen sie die regierung mit wir erleben dass wir dort einen innenminister haben der es nicht möglich gemacht hat herrn amri der im visier der behörden war festzusetzen es hätte alle rechtlichen möglichkeiten dazu gegeben und dann sagt er danach noch ihr minister sagt er danach noch wir sind an die grenze des rechtsstaatlich möglichen gegangen obwohl es alle gesetze gegeben das ist verantwortungslos ich finde unsere gesetze müssen durchgesetzt werden wir wollen keine totalüberwachung aber die 500 gefährder über die muss der staat viel wissen und ihre bewegungsfreiheit da sind wir eigentlich das nehme ich mal als stichwort ich hoffe die runde geht das mit dass die zusammenhänge im fall amri so kompliziert sind und es gibt jeden tag was neues dass wir das auf einer gesicherten faktenbasis noch nicht diskutieren ich möchte es gerne hier nicht tun ich möchte etwas ihnen vorspielen dort drüben also wenn ich mir jetzt diesen dreier ausschnitt nehme oppermann wagenknecht göring eckert wenn wir über eine sicherheitslage reden wenn wir über abschiebung reden dann muss man auch über koalitionen reden in der sich farben manchmal gegenseitig blockieren manchmal aber auch verstärken zum thema abschiebehaft rot rot grün berlin die koalition hält abschiebehaft und abschiebe gewahrsam grundsätzlich für unangemessene maßnahmen und wird sich deshalb auf bundesebene für deren abschaffung einsetzen rot rot grün jetzt hier im bild hat einer von ihnen dreien etwas auszusetzen an diesem beschluss ich halte diesen teil der berliner koalitionsvereinbarung für falsch ich glaube dass wir akzeptanz für asylrecht für schutz von politisch verfolgten in deutschland nur dann aufrechterhalten können wenn wir schnell darüber entscheiden wer ein bleiberecht hat und wer schutzbedürftig ist aber auch schnell darüber entscheiden wer keines hat und die müssen wir dann auch zurückführen sonst wird auf dauer das asylrecht in deutschland nicht akzeptiert noch mal konkret auf diese frage hatte eine was dazu sagen noch verwandt ich auch was dazu sagen weil ich egal ob man das jetzt richtig oder falsch findet mit dem fall amri hat das nicht zu tun der hätte in sicherungshaft genommen werden können das war ein nachweislicher straftäter der hatte 14 identitäten der hat sozialbetrug in größenordnung gemacht der hat mit drogen gedealt also es gab ganz viele gründe warum man hätte inhaftieren können und das jetzt zusammen mit der anderen frage zu verknüpfen also ich finde das ist einfach keine zielführende diskussion die frage war nur was sie zu diesem beschluss sagen ist der zielführend oder nicht es ist völlig egal in der konstellation weil die hälfte der gefährden die hälfte der gefährder die es in deutschland gibt die haben einen deutschen pass die kann man gar nicht abschieben also deswegen ist es einfach unsinnig das miteinander zu vermischen schluss hat niemand hat das getan ich habe das völlig wert freigestellt halten sie diesen aufgerufen in dem kontext sie haben ihn hergestellt da bestehe ich jetzt einfach drauf halten sie diesen beschluss für zielführend für sinnvoll würden sie den wieder so machen also ich kommentiere hier nicht beschlüsse der berliner koalition frau gering eckert so ich glaube dass das der kern dieses beschlusses ist was funktioniert eigentlich und wir haben ja gelernt dass abschiebung in diesen fällen nicht funktioniert weil es keine rücknahme abkommen gibt was mich sehr aufregt so freiwillige ausreise hat in diesem fall nicht funktioniert weil die bundespolizei in abgefangen wir haben noch 30 sekunden die tagesdemann vergönigert sagen sie was zu dem beschluss also es geht ja um das grundsätzliche wir können ja über den fall amri reden dazu hat das wollten wir nicht tun sondern ich habe sie gefragt was sie von diesem beschluss hat gerne zu diesem beschluss was sagen erstens freiwillige rückkehr funktioniert immer besser und dann wird es leute geben freiwillige rückkehr das glaube ich kann mal reden warum die leute waren im land sind die hätten gar nicht hier sein dürfen weil es keine flüchtlinge so in vielen fällen migranten sind das wissen sie beispiel in nordrhein-westfalen wo sie sich ja gut auskennen sehen wo die freiwillige rückkehr von menschen die kann sie uns doch reden dass unsere grenzen gesichert werden in einer nächsten sendung in deutschland bekommen die ganz zurückkehren als sie dafür unterstützung bekommen et cetera so und dann gibt es aber auch welche sie nicht freiwillig zurückkehren und bei denen sage ich kann auch abschiebung angewendet werden und deswegen finde ich dabei bleiben wir auch aber vorrang hat und das ist übrigens auch gesetz das ist eine rot-grüne koalition in berlin das ist eine hauptstadt und wie finden sie es damit ich es auch verstehe ist das ein ich habe gesagt noch mal freiwillige rückkehr hat vorrang und auch hilfen dafür und dann gibt es welche und die sitzen auch zum teil in deutschland die werden keine freiwillige rückkehr machen und dann ist abschiebung und abschiebungen koalitionsvertrag reinzuschreiben ist das sinnvoll oder nicht wie es in die berliner rot-rot-kühnen gemacht haben ich habe gesagt wie ich es machen würde also auf bundesebene wird es so ein rot-rot-grünen koalitionsvertrag nicht geben in dem sowas drinsteht das kann ich heute schon sagen das ist ja wunderbar formulierung das kann man mit nein beantworten nicht in ordnung sie haben es alle zu verantworten aber ich meine dass der ausgangspunkt war doch dass wir über sicherheit reden so zu tun als ob das jetzt sozusagen die hausgefährdung der inneren sicherheit ist dass wir haben politische beschlüsse die vorliegen genommen das ist das an was wir uns als journalisten halten können und das haben wir auch getan vielen dank ich glaube wir haben gerade stoff für eine neue sendung und wir haben einigen stoff für den faktencheck morgen und sind jetzt bei den tagesthemen mit leichter verspätung bei ingo zamporoni aber sie haben gesehen ich habe mich bemüht herr zamporoni was ist ihr aufmacher heute wir blicken in die usa frank plassberg befremdlich widersprüchlich besorgniserregend ein trump interview hat irritationen hier in deutschland ausgelöst mehr zu den reaktionen und darüber was von seinen ankündigungen zu halten ist gleich in den tagesthemen mit ingo zamporoni ja vielen dank an sie hier sie waren uns ein sehr engagiertes aufmerksames publikum herr kauder vielen dank für eine engagierte diskussion frau wagenknecht frau göring eckert herr lindner frau petri herzlichen dank wir sehen uns wieder nächste woche 21 die die